Ich treffe jetzt Fias Großeltern und das Ding ist, ich kriege ja einen Einlauf nach dem anderen. Was ist los? Das ist kein Panzer. Jetzt kriege ich auch noch Lack für meine Arbeit. Du kannst die Welt nicht retten. Ich war ja nicht im Auto, konnte ich gar nicht hören, was du gesagt hast. Nein, weil du hier überall hinfliehst, weißt du, wie schweigt. Darf ich jetzt keine Hunde mehr retten? Doch. Aber wo es nicht gefährlich ist, wenn man einen Menschen so sehr liebt, die man noch nie im Leben geliebt hat, macht man das schon mal, Janne. Leichtsinn ist kein Mut. Nein. Bei dir weiß man nämlich nie. Jetzt frag ich mich eigentlich nur noch, warum Fias Opa Polizeiaufkleber auf seinem roten Corsa hat. Warum hast du denn einen Polizeisticker da vorne am Fenster? Da krieg ich auch kein Knöllchen. Ach, ach. Den Pullee von uns. Komm, kein Knöllchen. Aber hab ich immer gehabt. Okay. Auf die anderen Autos. Hier hinten auch. Der Schwaer besorgt mit dir aus dem Internet. Der besorgt dir auch eine Polizeiuniform. Ja, besorgt er dir. Danke fürs Fein. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, was es ist. Aber irgendwas stimmt mit den Menschen aus Köln nicht.